Spiel ist eingeschaltet und mit dabei sind noch Moon, Fuchs und der Chat. Hallo. Hallo mit Ö. Wo sind wir denn hier? Ich hab noch nie gesehen. Hab ich noch nie gesehen, die Wand. Cool. Waren wir hier schon mal gewesen? Du musst live. Servus. Ach du heiliger. Aha. Ach, hier sind wir. Ach, wo der Feind war. Der Feind. Der Feind und der Feind. Der Feind lauert überall. Was? Der auch? Die kleinen Vietnamesen haben Tunnel gegraben. Nein. Doch. Oh. Das war riskant, aber ich hab's überlebt. Die Raben meinst du? Ne, ich bin über so eine Ecke gesprungen und fast nicht auf die andere Seite gekommen. Wieso? Das war knapp gewesen. Das war ein Knäppchen. Das war ein Reingelicht. Zwinkelzwonkel. Da war ein Zwinkelzwonkel, oder? Oh, hast du auch den neuen Deadpool-Film gesehen? Ne. Oh, schade. Wieso kommst du irgendwie mal auf Deadpool, wenn du das Zwinkelzwonkel gesagt hast? Weil da Zwinkelzwonkel gesagt wurde viel. In dem Film? Ja. Ernsthaft? Ich muss ja noch mal gucken. Aha. Deswegen kommen wir doch auf Zwinkelzwonkel. Ja, ja, richtig. Da ja nur. Genau. Ich kenn das nicht von da. Ich auch nie. Da wurde es gesagt. Ja. Ich weiß nicht, ich hab ihn noch nicht gesehen. Ich bin ja eigentlich ein riesen Deadpool-Fan, aber ich war halt nicht im Kino und bis jetzt hab ich sonst noch nicht geguckt. Ich glaub wir müssen Richtung 345. Ich weiß aber, ich nehm mir noch die Kasse mit und so. Wie ne Kasse? Zwinkelzwonkel. So wird richtig abgezwonkelt hier. Richtig reingezwonkelt. Einfallzwinkel gleich Ausfallzwonkel. Genau der. Richtig abgezwonkelt. Ja. Jetzt mal auf Toilette. Wollen wir eben auch mal einen abzwonkeln. Ich dachte, ich war nur zur Miene runter. Wie kommt man denn da rein? Was haben die denn noch gesagt alles? Der andere war reinpeter und sowas. Ja stimmt. Ich hab's endlich geschafft, hier runter in die Miene zu kommen. Ich hab keine Ahnung, ich weiß nicht wo. Ich scheiße unter. Oh, dann mach mal hier jetzt die Wunder. Oh. Oh. Peter hat auch reingepedert. Auf den Scheißen. Reingepedert. Die Folge auch gesehen, ja. Hä? Oh, der Aufzug. Hallo. Weißt du, was kannst du holen? Ich such das gerade. Oh, wo ist denn die Tage drüber sein? So, hier. Oh, ich kann zwei Kassen öffnen. Wo ist denn die Kasse jetzt? Äh, hier glaube ich. Warte, hier hinten brennt's. Ne, hier brennt's. Ah, hier ist es. Geil, in der Kasse. Mein Gott, das ist hier unten verzwegt. 250. Verzwinkelzwunkel, das ist hier unten. Drecksau. Ich kann das nicht singen. Was kannst du singen? Drecksau. Ich hoffe, es geht hier schlecht. Kennt ihr das? Ich bin gerade überlegen. War das von Tic-Tac-Toe? Ich glaube schon. Ach Gott. Ja, dann kenn ich ja bestimmt irgendwie. Weil ich jetzt verdrängt. Ich hoffe, es geht hier schlecht. So, komm da jetzt mal langsam. Kann ich mal anfangen? Ja, ich hab fünf Minuten Ausdauer. Ich komm, nio, geht ab hier. Ich hab so ein bisschen Swinkelzwunkel da und dann geht's ab. Ich mach ja schon. Ich versuch ja schon Swinkelzwunkel hier. Ich bin ja schon direkt vorm Compound. Ja, mach doch mal Swinkelzwunkel und dann nehmen wir eine Bounty mehr. Damit ich kann hören, du weißt. Der andere Bounty kommt auch rüber. Okay. Wir sterben Leute. Wir sind doch gar nicht da. Hier ist eine Kasse. War mir nicht fertig. Ich lass das jetzt. Kommst du nicht hoch? Doch, kommst du. Jem irre. Jem irre. Es gab keine Bounty gekommen, wir sind bekannt vor. Ach, da war wir schon mal. Jem irre. Aua. 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 Da hat einer wegen mir die Fensterlehnen zugemacht. Echt? Oh Gott, der ist so hässlich, der macht den Wind dazu. Nö, der hat eine Leuchtekugel durch die Luft gesaust. Eine Leuchtekugel. Da oben sind Leute. Aber irgendwo hier im Kompon sind auch noch welche. Also da und da. Aber da lag gerade jemand, das ist ein Zombie. Oder ne, ich glaube da ist nicht ein toter Spieler. Also das andere Bounty geht Richtung, auch von Westen aus rein. Oh, yo, die sind schon da. Hallo, hier. Warte, ich guck. Okay. Ja. Nö. Ich werf was rein. Ich weiß, ob da einer ist, also. Joachim, Deutschland, Marie hieß das Lied. Rechts. Ja, stimmt. Na, da hinter. Tot. Schön. Da hinten. Hat einen Pfeil und Bogen. Hab ihn. Rot. Schön. Man, aber das war bis jetzt immer noch kein Bounty. Nö. Oh, der hat den neuen Bogen schon. Der hat aber reingepayt. Sind da noch beide da, äh, in Richtung 345. Der hat aber reingepayt. Schlechter Wurfarm heutzutage. Boah. Ja, schlechter Wurfarm heutzutage. Okay, ich sehe noch zwei Hunter da liegen. Da hinten. Ich weiß noch nicht, wie man da hinkommt. Ein Bounty liegt auch noch. Ja, ich hol mir das. Ich versuch's jetzt nicht zu holen. Den auch vor mir. Oh, hier unten drin ist einer. Shotgun. Bei Fuchs ist noch einer. Ja, ich komm. So, ich muss noch mal gucken. Ja, einer ist auf 270 und einer ist bei Fuchs. Ja, 2 von 80, ja, ja. Wo ist da einer, der in Ungarn ist? Äh, der geht hier hinter. Von rechts brennt irgendwas ab. Der ist sehr nah hier. Guck, ob ich den Fuchs bekomme. Der hat eine Slate, der eine. Ich weiß, ob seine Kollegen da witz. Der läuft ja auch mal auf dem Dach rum, oder was? Oh, ja, ich hol mal kurz den einen, weil der... Wow, what? Da auf der Streppe. Oh, nach oben. Holt ich mal hin. Mal, mal, steil ich Enter auf mich, weil er da oben jetzt im Fenster ist. Ne, die sind doch schon gar nicht mehr. Merci. Und es ist hart am Chasen da hinten. Irgendwas passiert da hinten. Hier, töte den Hunter. So, wo ist der andere jetzt? Ja, hinten sind doch mindestens zwei irgendwo auf Metall. Ja, die sind da unten drin. Die sind wieder unten. Die sind... Erdgeschoss. Jetzt noch mal Nachschub. Äh, ich geh von hier rein. Bei mir. Draußen? Ja, genau. Ja, ja. Zwei Stück bei dir. Ich hab... Einer ist hier hin. Hier drin. Genau vor mir. Schaut gar nicht. Da geh ich nicht rein. Weiß nicht, ob da ein Trade war? Nee, war kein Trade. Ja, schon. Oho. Der ist direkt hier vorne. Ja. Hab ihn. Schön. Müssen wir zweimal in die Schüsse gerannt. Alles gut. Ich sag, oh, oh. Den hab ich auch nicht getroffen. Also danke, aber... Ah, kein Problem. Und wenn, dann wär's... Ich hab nicht mehr gesehen, dass du längst gekommen bist. Ich hab ihn nur gesehen, Tunnelblick gehabt und hab, äh... Ah, versuch da irgendwie schnell hinzukommen. Ich find den Hunter... Ach, Mann, ich find den Hunter nicht. Ich seh immer nur die Waffen. Hier. Ja. Ich steh dich von hier ran. Hier. Von links und dann... Ah, da geht's, okay. Ah, nice. So, wo ist denn das eine Bounty? Das ist ne gute Frage. Ich hab eins. Muss irgendwo noch hier liegen. Also hier unten liegt ein Toter? Genau hier. Ich hab auch einen Bounty. Ja, was muss denn das für euch ein Bounty sein? Ich hab einen Bounty. Okay. Wollt grad sagen. Guckst du auch? Nein. Da hinten... Da hinten liegt noch ein Hunter zum Looten? Das muss... Ach, warte mal. Warte, hab ich schon. Hä, das muss irgendwo bei dir liegen, Otax. Weiter durch. Ich seh aber keines hier. Ne, du bist ein Bounty. Wo war's? Hier sind ganz schön viele. Also hier liegt... Hä? Hier liegt einer. Dann liegt hier einer. Okay. Hier liegt noch einer. Hier liegt noch einer. Der kann nicht gelootet werden. Dann liegt da noch einer. Wir haben doch beide Bounties vom Hauptboss und nicht von dem Zweitboss da. Oder ist der da unten? Oh fuck. Hier liegt noch einer. Aber der ist schon geplündert. Ich hab keine Ahnung. Den haben wir auch. Haben wir denn überhaupt das End... Moment, ist so ne blöde Frage. Aber wenn das einzelne Bounty, wenn das stirbt, resettet der dann irgendwie? Ne, eigentlich nicht. Aber ich seh den auf der Karte auch gar nicht mehr. Ich seh den in der Mitte unten. Ne, ich nicht mehr. Wo warst du da? Da liegt noch einer. Ausgebrannt. Ja, bei dir sind da hinten sind noch zwei. Der ist geplündert. Ich seh ja, wo die alle liegen hier mit dem Trade. Ja, ich auch. Aber... Da ist nix bei. Hier ist halt nichts. Wir haben alle drei Bounties? Wer hat die? Einer von euch hat bestimmt doppelt darum. Will ich zwei Bounties? Kann ich da irgendwo sehen? Glaub nicht. Alter, ich hab 1050 Dollar aus dem rausgezogen. Na klar. Ja, nice. Ich hab jetzt 1700. Dann können wir wieder raus. Nice Runde. Ich glaub, wir haben die ganze Map geholt, oder? Gefühlt. Gut sein. Na, nicht ganz, aber noch ein paar. Die andere, die haben ja schon gegenseitig gekillt. Aber die Shotgun ist echt nice. Das schottet die Maus in den Kamerl. Ist der jetzt die kurze Romero, oder was? Ja. Ja, die Sache. Irgendwie ist die momentan ganz schön stark. Und dann hab ich eben grad den Ei noch mit der Shotgun, äh... Wegehackt. Mit dem Messer da weggehackt. Grün weggehackt. Weggebeilt. Abgepeterd. Abgepeterd. Gezwinkelzwonkel, ne? Mal gucken, ob hier beim Boss noch wer rumliegt. Mit der Zwinkelzwonkel-Axt. Ich komm dich hinterher, ich bin alt. Mach nur Licht. Mein Gott. Da liegt tatsächlich wer. Ja. Da liegt was anscheinend. Ah ja, doch, da hinten. Hier, rot. Moin, Meister. Hallo. Ich zieh. Ich will ihn ja nur looten. Ah, jetzt. Nein. Nein. Ach, da. Achso, da kann auch sein. Stimmkulti. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt ein oder zwei Bontiers draufgenommen hab. Ja, ist aber dann ja auch bugged. Muss ja dann trotzdem noch angezeigt werden. Ja. Boah, Zwinkelzwonkel-Shenanigans. Nee, Zwinkelzwonkel-Shenanigans, ja. Abgezwinkelzwonkel, ne? Also ich hab noch eine Sticky, wenn ihr einen Metty findet. Metty, Schmetty. Metty, Schmetty. Na, na, na. Ich bin da, guck, wie ich spiel meine Speer überhaupt freischaltet, oder was mit Level ist, oder wenn er dafür irgendwas machen muss. 150 auf den Tisch legen. Was, 1,50? Nee, 150 kostet das Spiel auch. Ich find den ganz schön teuer dafür, dass ich einfach wegschmeißen könnte. Du kannst ja wieder aufheben. Ja, wollte grad sagen. Und du kannst damit ziemlich hart zuhauen, weil er ziemlich hart Melee-Damage macht. Melee-U, das war... Ich muss sich erstmal dran gewöhnen, ab man den Sound später hört von den Waffen her. Wie meinst du? Ja, weil die halt ja jetzt eingebaut haben, dass du, dass der, dass du halt den Schall beachten musst, also wie schnell er sich ausbreitet. Kann sein, dass du halt einen Headshot bekommst, bevor du den überhaupt gehört hast, als er abgefeuert wurde. Oh, Spritzen. Kommt ihr? So, schafft er. Ja. 15 Sekunden schafft er. Nein, ich bin alt. Zwinkel Zwonkel. Schafft ihr, Zwinkel Zwonkel? Zwinkel Zwonkel? Zwinkel Zwonkel. Fünf, vier, zwei, eins. Nein, nein, nein. Hier. So, was haben wir denn? Zwinkel Zwonkel. Sagt ihr mal, was haben wir denn? Wir haben insgesamt sechs Kills. Gut, sehr gut. Ich guck mir das auch mal irgendwo an. Ich werfe da... Ich weiß noch, ob ich in einem Bottich... 142... und Dollar. Und Dollar? Und wo geht das denn überhaupt jetzt noch? Mit Dollar? Ja, da könnt ihr mal in Kommentaren schreiben. Abonnieren, natürlich vergesst mal, um bereits in der Hand schon wieder einschalten. Tschüss! Und tschüss! Mehr möchte ich nicht, tschüss. Ey! Ich bin so frech. Kleiner Frechlachs. Der Frechfuchs. Frechlachs.